Und hier sind wir auch wieder bei Command & Conquer Tiberium Sun. Heute starten wir mit der Erweiterung Feuersturm. Welches natürlich sehr interessant wird. Feuersturm hat zwei neue Kampagnen. Einmal Schlacht der Verzweiflung und Aus der Asche. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir werden diese Kampagne mit GDI anfangen, statt mit Nord. Hat die Bewandtnis, dass am Ende der Nord-Kampagne etwas kommt, was so ziemlich meiner Meinung nach die Story vorantreiben wird. Und etwas Ähnliches werden wir halt auch erleben mit Alarmstufe 2. Da werde ich halt auch die Kampagnen in so einer Reihenfolge machen. Also sprich, zuerst halt die Kampagne, die halt quasi nicht Kanon ist, sondern halt die Kanon-Kampagne. Und in der Erweiterung, die ich dann halt spielen werde, ist dann halt genau der entgegengesetzte Fall von dem Hauptgame dann natürlich. Das hat auch was damit zu tun, wie es halt in der Alarmstufe 3 ist. Ich sehe aber auch gerade, dass hier die gesamte Schrift halt dank meines netten T-Shirts natürlich durchsichtig ist. Das heißt, ich bin so ein bisschen geisterhaft. Okay, ich werde auch auf Normalheit spielen, auch wenn mich die letzte Kampagnen-Mission von GDI ziemlich aufgeregt hat. Aber egal. Ich müsste jetzt eigentlich Katzen kommen. Übertragung der Dringlichkeitsstufe 1. Empfänger Dr. Gabriela Boudreau, Leiterin des Daedalus-Teams. Erwarte Sicherheitscode. Eval, hier Dr. Boudreau. Sicherheitscode Delta Epsilon 4. Übertragung entschlüsseln. Tratos, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Dr., tut mir leid, wenn ich störe, aber das Daedalus-Team muss sich sofort wieder einsatzbereit machen. Ich habe einen Fehler gemacht. Gabriela, dieses Geschöpf ist... ...war um Ergan. Mein Gegenmittel schlägt nicht an. Die Zeit wird knapp. Die Opfer hier in unserer Quarantäne-Station haben die letzte Grenze der Tiberium-Mutation überschritten. Wir haben ein Team zusammengestellt, das die Tacitus-Daten-Matrix suchen und bergen soll. Ich möchte, dass Sie in Kairo die Operation vor Ort überwachen. Wir brauchen dringend alle Aufzeichnungen von Cain. Nur mit dem Tacitus und Cains Aufzeichnungen können wir das Geheimnis entschlüsseln. Doktor, mir bleibt nur noch wenig Zeit. Sie müssen dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Sie müssen meine Arbeit fortsetzen. Das Paket ist verladen. Wiederhole, das Paket ist jetzt verladen. Schnell! Ich brauche die Verbindung jetzt. Was zum Teufel ist da los? Stabile Verbindung zur Philadelphia derzeit nicht möglich. Versuche Sendesignal-Umleitung. Kurs 5-5. Danke, Southern Cross. Kodiak bereit zum Start. Passt auf euch auf, Leute. Southern Cross, bitte melden. Starker Ionen-Partikelsturm nähert sich. Haltet uns die Daumen, das wird ein höllischer Ritt. Was zum Teufel war das denn? Philadelphia! Mayday! Mayday! Verbindung unterbrochen. Die Kodiak ist nicht mehr auf dem Radar. Bitte warten. Verbindungsaufbau zur GDI-Befehlsstelle Southern Cross. Commander, wir versetzen Sie von der Operation Lazarus zum Feuersturmkampfverband. Wir stecken in einer Krise. Es gilt ab sofort Alarmstufe Rot. Eva, versorge den Commander mit Daten. Initialisiere globale Suche nach Aufenthaltsort der Kodiak. Alle globalen Satelliten deaktiviert. Kommunikation mit der Philadelphia unterbrochen. Southern Cross übernimmt den GDI-Oberbefehl, bis die Situation geklärt werden kann. Beachten Sie, was Sie jetzt sehen, unterliegt Sicherheitscode Alpha Rot. Das ist die Tacitus-Datenmatrix. Unsere Experten meinen, dass Keynes Tiberium-Experimente auf Daten von diesem Gerät basierten. Aber leider ist die Kodiak abgestürzt über Nordafrika und der Tacitus war an Bord. Eva, die Daten sollten inzwischen online sein. Durch das Notsignal der Kodiak konnte die exakte Absturzstelle geortet werden. Bitte warten. Taktische Daten werden übertragen. Der Tacitus war unterwegs zu Tratos, als die Kodiak abstürzte. Tratos ist der einzige, der das verdammte Ding entschlüsseln kann. Dies ist ein simpler Such- und Bergungseinsatz-Kommander. Fliegen Sie hin, suchen Sie nach Überlebenden, bergen Sie den Tacitus und bringen Sie ihn her. So. Die Verstärkung ist eingetroffen. Hm. Wir müssen hier mit... So, wir müssen definitiv den erstmal auseinanderauen. Hm. Wenn ich mich gerade richtig entsinne, sollten auch halt... Ähm. Wir haben hier nämlich die begrenzten Einheiten. Wir sollen die Kodiak finden. Die Kodiak ist hier in Nordafrika halt abgestürzt. Und... Danke, im Osten ist es etwas... Äh. Außerdem haben wir einen Nordenberg. Seien Sie vorsichtig. Okay. Ähm. Wir können ja mal... Die Brücke reparieren hier. Ich meine, hier rüber ist tatsächlich der Leichteweg. Wir können aber auch hier unten mal nicht lang. Und im ganz großen Notfall kann er sein BF halt auch über das Wasser hier gehen. Ja. Ja. So. Alles klar. Ja. Hier. Ich verließe Servo. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Verletzt. Ja. Ja. Ihr Kodia geortet. Ja. Ihr. Öfft erledigt. Ja. Sir. Öfft erledigt. Bereits. So. Wir haben auf jeden Fall die Kodia geortet. Ja. Ihr feindliche Verschärfungstruppen sind eingetreten. Sir. Sir. Oh. Der muss da auf jeden Fall schnell weg. Da kannst du auf jeden Fall hin. Du kannst sagen wir schon mal hier hin. Ja und Gas. Ja, hier. Bereit, Sir. Hier eine Anweisung. Ja, erledigt. Ja, hier. Einheit bereit. Alles klar. Einheit bereit, Sir. Ja. Das ist die Kurde. Alles okay. Ich muss tatsächlich die Kurde. Ja, das ist gut. Das ist so gut, dass wir da jetzt... So kommt's. Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. So, damit haben wir unseren Transporter. Der hat den auf jeden Fall irgendwo halt... Auf jeden Fall, wir haben die Tacitus, äh, die Kurde halt nicht mehr. Was ein bisschen schade, Leute, ist, aber... Wird erledigt. Und Gas. Sir, Motor an. Gas. Sir, ja, Sir. Warte Anweisung. Kein Problem. Einheit bereit. Sir, und Gas. Warte anstetig. Ihre Anweisung. Gebäude erobert. Wird gebaut. Nein, nein. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Neue Befehle. So gut. 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 So gut wie alleine. Neue Befehle. Sir. Neue Befehle. Alles klar. Einheit bereit. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Sir. Sir. Kein Problem. Ja. Ihr Reize. Ihre Anweisung. Ingenieur meldet ein. So. Du kannst... Das mal erobern. Neue Befehle schlappen. Ja, dann haben wir auch ne Karte. So gut. Gebäude erobern. Oh nice. Es wird sogar die komplette Karte aufgedeckt. Das ist jetzt sehr interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Cyborg zur Stelle. Verstanden. Neue Befehle. Alles klar. Ja. Ihr. Ja Sir. Aber das ist... Das ist interessant. Das spiel ich zu. Einheit bereit. Ich überliege das Servus. Sir. Wir stehen unter Schwerung erledigt. Wie gesagt. Man könnte auch halt hier unten halt lang. Da müsste man allerdings halt entsprechend halt sich durchkämpfen. Hier oben finde ich es persönlich gesehen wesentlich einfacher. Einheit bereit. Einheit bereit. Verstanden. Verstanden. Erledigt. Okay. Das wird... ... ... ... ... ... ... ... Könnt's auch mal verkaufen. Einheit bereit. Tatsache, da kommen immer wieder neue Einheiten. Es hat einfach die Musik aufgehört. Ja gut, wir bringen mal den da hin. Das ist doch schön. Sogar mit ein bisschen Ressourcen. Nicht Fehler, aber wir haben welche. Feindliche Tiberium-Lebensformen an verschiedenen Punkten im Umfeld von Kolonie 3 geortet. Sofortige Evakuierung der Zivilbevölkerung einleiten. Im Gegensatz zur Hauptkampagne hat man hier übrigens entsprechend... Was zum Geier habe ich jetzt eben gerade verkauft? Ich werde ja immer durchsichtiger. Ich werde wohl immer später. Okay, wir haben aber auf jeden Fall eine Barge. Allerdings muss ich dazu sagen, dass seit... Das sinnvollste, was ich tatsächlich produzieren kann, ist seit... ... und entsprechend Wehrwürfe. Eigentlich würde ich das hier nämlich verkaufen. Dann habe ich zwar hier halt entsprechend einen Durchgang, wo sie halt direkt durchkommen können. Neue Befehle? Verstappten. Alles klar. Aber ich bin ganz ehrlich. Ihre Anweisung? Verstappten. Einheit bereit. Wird gebaut. Neue Befehle? Verstappten. Das muss das mal reichen. Sir? Verstappten. Cyborg zur Stelle. Verstappten. Einheit bereit. Cyborg zur Stelle. Alles klar. Verstappten. Ihre Anweisung verstanden. Tiberium Lebensraum geachtet. Tiberium Lebensraum geachtet. Tiberium Lebensraum geachtet. Die Befehle! Alle bereit! Bringt sie uns hier weg! Bitte! Versuch mal auf so viele die mögliche zu retten. Dieser Stückpunkt wird angegriffen. Zu wenig Geld. Einheit verloren. Eskortieren Sie die Zivilisten zum Orca-Transporter zur sofortigen Evakuierung. Das sollte eigentlich so weit. Ich hatte jetzt gedacht, da oben. Hmm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin ganz ehrlich. Würdet ihr mal schießen? Verdammt nochmal. So was kann ich da immer haben, wenn die da stehen und dann halt die ganze Zeit über... Uh, 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 uh. Ich gehe mal davon fast aus, dass die Nächsten da sind. Oder dass da unten halt die Nächsten sind. Ich kann ja auch nur eins von den beiden sein. Du bist so witzig. Ja, ich weiß, ich bin witzig. Ähm, nicht. Schlitter sind im Verkauf. Gut, hier schaut es allerdings seit... ...relativ üblich. Okay, hier könnten dennoch halt... ...ja, hier. Gas. Motor ab. Motor ab. Motor ab. Ja, hier. Erledigt. Uuuh. Sir. Verstanden. Sir. Einheit bereit. Und Gas. Einheit bereit. Motor ab. Finden und evakuieren Sie alle Zivilisten, die zu... Schub unterwegs. Sir. Ja, hier. Hm. Verteidigen Sie alle Einrichtungen bis Verstärkung eintrifft. Einheit bereit. Einheit bereit. Tiberium Lebensfall geortet. Sie werden uns alle töten. Ja, hier. Fünf erledigt. Tiberium Lebensfall geortet. Fünf erledigt. Ja? Ja, Sir. Bereit, Sir. Tiberium Lebensfall geortet. Kein Problem. Tiberium Lebensfall geortet. Ja? Tiberium Lebensfall geortet. Ja, hier wird erledigt. Sir? Sir? Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Erledigt. Motor an. Okay, die wollen in Richtung meiner Basis sind. Das kann ich nicht so verantworten. Wird gebaut. Sir? Ja, hier. Unser Verbündeter wird angegriffen. Zu wenig Geld. Ja, hier rein, Sir. Ja, Sir. Einheit bereit. Motor an. Ja? Ja? Ja, bitte. Alles klar. Unser Stützpunkt wird angegriffen. In Ordnung, Herr. Alles klar. Einheit bereit. Einheit verloren. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass der letzte Punkt, der angegriffen wird, der hier unten ist. Warum gehen die bitte schön da, so da, hier halt hin, ne? Oh, was es auch sein könnte, wäre hier. Alle Einrichtungen bis Verstärkung. Einheit bereit. Alles klar. Kommen. Neue Befehle, Sir. Ich werde ja wirklich durchsichtig hier. Da sieht man sich sowieso so gesund. Sehr cool. Dieses T-Shirt war tatsächlich eine sehr gute Wahl. Ihre Anweisung, Verstappen. Neue Befehle, Verstappen. Neue Befehle, Sir. Sir. Alles klar. Sir. Ich bin ehrlich, ich würde tendenziell sagen, dass der nächste Punkt, der angegriffen wird, das hier ist. Sir, Verstappen. Oder meine Basis, das könnte auch sein. Alles klar. Die letzten werden im Grunde genommen hier in dem Bereich. Weil hier wurde alles evakuiert, hier wurde alles evakuiert. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, was die Wahrnehm until die Nachricht hier ill. so gut wie erledigt Unser Stützkopf wird angegriffen. Zu wenig Geld. Ja, hier, Garten verledigt. Das müsste auch der Letzte sein. Eskortieren Sie die Zähnisten zum Aufkertransporter zur sofortigen Evakuierung. Naja, das kriegen die schon hin. Aber ich bin ganz ehrlich, dass hier halt entsprechend... ...dass ich nicht mal Sammler produzieren kann. Das nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Das würde die Mission... ...minimal leichter machen. Oder angenehm sagen wir es mal so. Die ist ja nicht schwer. Diese Tore braucht kein Mensch, ne? Da sind noch Zivilisten? Hallo? Ich hoffe, ihr kommt auch noch weg? Tiberium Lebensform geortet. Tiberium Lebensform geortet. Naja, jetzt kommen die halt auf meine Basis halt zu. Wird gebaut. Tiberium Lebensform geortet. Tiberium, alles klar sind alles klar. Tiberium Lebensform? In Ordnung, Sir. Wer ist aufgeführt? Einheitsbereit. Einheitsbereit. Motor an. Ja, bitte. Alles klar. Ich verließe das Servo. Ich verließe das Servo. Einheitsverlust. Einheitsverlust. Verschwerung in Schutz. Einsatz erfolgreich. Okay. Oh, das ist aber ganz jung. Jetzt sieht man mich ja nicht mehr. Das sollte gleich mal Lichter machen. Aber ich sehe halt sowieso, dass ich halt schon über der Zeit bin. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum... wünsche ich einen angenehmen Tag und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt SFB.